Es ist ein spannendes Duell, Kaltic-Sorgic. Es ist nicht immer klar, wer das könnte. Und dann der Brecher weit, Richtung Tosin, aber dann geht das immer an inzwischen. Mit der Brust dann Trasnici. Jetzt Margesano, jetzt wieder eine Chance. Auf der linken Seite, nochmal Aliti, holt den Ball rüber im Strafraum, geflankt da rein und... Goal! 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 Überraschend! Das erste Goal aus dem Spielhäuse gegen Pascal Loret vom Tosin. Ja, Margesano, der den Ball links rüber gespielt hat auf die Aliti, und die Aliti dann so rein geflankt hat, dass der Verteidiger nicht dran kam und der Goal nicht dran kam. Das ist extrem schwierig, das Timing zu haben. Live, live, Türi live, Türi live. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zürich in weniger als 93 Minuten. Mein Name ist Alessandro Di Fante und zu Gast habe ich bei mir die Nora Vogler, die auch bei Zürich live dabei ist und ihr Debut heute gibt. Hoi, Nora! Hallo zusammen! Cool, dass du mit uns bist. Dabei ist auch noch der Lukas Stocker, wie immer, und der Donny Gassmann, die bekannt sind als Zürich live-Tinos, wie ich sie immer gerne nennen. Ja, vor fünf Monaten hat das FCZ-Herz noch ein bisschen mehr geblutet, würde ich sagen, als aktuell. Nora, ich frage jetzt gleich mal bei dir an. Was hat sich jetzt, was hat sich jetzt gerade gesehen in den letzten fünf Monaten bei dir verändert? Wie geht es deinem FCZ-Herz in den vergangenen fünf Monaten? Ich muss ehrlich sagen, ich bin so etwas zwischen optimistisch und eigentlich noch nicht ganz optimistisch, weil der Anfang von dieser Saison ist doch echt sehr, sehr düster und scheiter sein. Und ich bin, glaube ich, selten so tief in ein Loch gehalten wegen dem FCZ, wie in der Regierrunde. Und ich bin mich so langsam am Erholen, aber ich weiss nicht, wie wir kennen jetzt so etwas, so langsam wieder ganz fein, sich an Optimismus angetrauen, angetasten, aber nicht so wirklich. Und es ist so wie jetzt so, ah, ah, es ist noch nicht ganz so stabil. Aber es macht Freude, auch wieder zuzuschauen. Es macht Freude, wie sie wieder zu einem Team wartet. Ich habe sehr, dass sie viel auch auf Social Media so ein bisschen an beobachten sind, was sie wo läuft. Und es scheint, als wären sie wieder so ein bisschen am Zusammenwachsen. Das stimmt mich eigentlich eben schon ein bisschen optimistisch, aber ich wäre vorsichtig. Man muss ja auch sagen, es wäre ja fast die schlechteste Hinrunde geworden vom FCZ. Also, Lukas, wie ist das gewesen? Du musst mich jetzt korrigieren. Wenn der FCZ gegen St. Gallen verloren oder ein Unentschieden gespielt hätte, wäre das die schlechteste Vorrunde vom FCZ in der Geschichte gewesen. Ist das richtig? Ja, aber resultatmässig ist es nicht nur knapp besser gewesen, als damals im 0-3-0-4, als Lucien Favre dort ein sehr schlechtes erstes Halbjahr gefahren hat. Ja, Toni, der FCZ ist aktuell auf dem achten Rang, vor Winterthur, vor Sion. Wenn ich dir das von fünf Monaten gesagt hätte, hättest du es mir geglaubt? Ja, ich hätte es mir schon vorstellen können. Vielleicht nicht, dass Sion so schlecht ist. Das nicht unbedingt damals, aber in der Tendenz vielleicht schon, ja. Hat man denn die Tendenz schon gesehen, vor vor einem Monat? In Zürich? Ja, richtig. Ja, also ich kann mir einfach vorstellen, dass etwas passiert. Dass es eine Tränenwächel gibt und dass nachher die Mannschaft dann anders spielen wird, anders aufgetreten. Das haben wir schon vorstellen können. Das ist ja dann auch erfolgt. Bo Henriksen hat die Mannschaft übernommen. Und das ist mir ein bisschen so, als hätte er das Ruder wieder umgerissen. Also, dass die Teamspirit wieder da ist. Nora, wie hast du das ein bisschen gesehen? Also, für mich ist Bo Henriksen einfach das komplette Gegenteil von Franco Foda. Und er hat die Mannschaft wieder irgendwie wiederbelebt. Man kann sagen, wie so ein Spitalpatient, der in einem kritischen Zustand war. Er hat ihn einfach zurück ins Leben geholt. Und das innerhalb von wenigen Wochen. Er ist ein unglaublich ansteckender Typ. Also, ich glaube, das haben jetzt mehrfach, also, ich glaube, der Lukas hat das schon gesagt, an dem einen Event im Zürichmuseum. Es kommt immer wieder, der Typ hat einfach einen Enthusiasmus, den er an den Tag legen, weil er auch schon fast wieder ein bisschen zu viel ist. Aber ich glaube, das braucht es irgendwie so ein bisschen, dass die lebigen, lebendigen Trainer braucht der FCZ irgendwo durch, damit sie überhaupt an den Punkt kommen, wo sie zusammenwachsen und zu einem Team werden. Und das schafft Bo Henriksen halt irgendwie. Also, je genau kann ich auch nicht sagen. Man merkt einfach, dass sie wieder so ein bisschen mehr Freude haben. und so ein bisschen einfach wieder eine gute, positive Motivation, in das Team nicht gerutscht ist. Und ich gehe fest davon aus, dass es eigentlich in erster Linie mit dem Trainer zusammenhangt. Also, weil er so ist, wie er ist. Was ist so für dich so? Seit dem neuen Jahr eigentlich, das sind die Partien gewesen, wo eigentlich das Ruhe zum Umreissen gebracht hat. Man kann sagen, die FCZ hat sich aufgebäumt, der Sieg gegen Genf noch im letzten Jahr ist so, ich weiß nicht, irgendwie wie so ein Paukschlag gewesen, wo die Mannschaft noch einmal so richtig wachgerüttelt hat, vor der Winterpause und dann nach der Winterpause und dann wieder richtig können angreifen. Was ist jetzt für dich so, rückblickend auf die vergangenen Partien, die drei Matchen, wo du denkst, okay, das sind die Matchen, wo am meisten etwas ausgemacht haben? Boah. Also, ich habe eigentlich gehofft, dass das Derby so der eine Wendepunkt wird, so der grosse, das hat sich bis dahin immer so ein bisschen, so ein bisschen ein bisschen hochgeschaukelt, so ein bisschen, so jetzt wäre es dann mal wieder Zeit, jetzt müsste doch mal wieder ein Sieg kommen. Und das Derby habe ich eigentlich gehofft, dass das das wird. Aber für das ist es mir, wie im Spiel zu geknorzt gewesen, und zu knapp, darum bin ich wie immer noch so ein bisschen auf der Tuche, nach dem einen Spiel, wo es macht, bam, und jetzt sind sie da. Und jetzt geben sie das nicht mehr aus der Hand. Aber irgendwie hat es das auch in den letzten Partien nicht für mich zu 100 Prozent gegeben. Also es ist wie so ein bisschen, sie haben zwar wahnsinnige Derein hingelegt, eigentlich für die FTZ in dieser Saison, wo sie einfach nicht verloren haben. Und für mich ist eigentlich das Spiel gegen IB sehr stark gewesen, aber eben, es hat mich das eine Wahnsinnsspiel, in dem ich gefunden habe, ja, wohl, jetzt sind sie wieder auf dem Siegeszug, so richtig, jetzt kommt da alles Gute in dieser Saison, und das habe ich bisher noch nie gesehen. Und darum finde ich es mega schwierig zu sagen, jetzt sind alles so, jawohl, jetzt, jetzt macht ihr mal ein Goal, oder boah, jetzt müsst ihr das eigentlich noch durchziehen. Irgendwie ist dann wie nie ganz so sauber durchgezogen worden, wenn ich mir das erwünscht oder eigentlich gehofft habe, damit das quasi wirklich wieder in den Lauf kommt. Ja, man muss zwar eigentlich sagen, ich stimme dir bei vielem zu, aber ich finde, der FTZ im Derby hat das Spiel gekehrt, und man hat gemerkt, wenn die Mannschaft wirklich will, dann können sie es. Und das haben sie auch gegen Luzern gezeigt, gerade im letzten Match, wo wir gesehen haben. Jetzt haben sie auch das Spiel gekehrt, haben für mich einen soliden Match gemacht, aber auch nicht gerade einen super Match, und für mich das entscheidendste Spiel von dieser Rücken, also von dieser Rücken, Entschuldigung, das war das Spielgabe. Toni und Luca, stimmen Sie mir dazu, dass ich denke, das Spielgabe stärkste war, auch wenn es nur ein unentschieden Boden ist? Also ich würde sagen, erst einmal würde ich das nicht auf drei Spiele festmachen, sondern es sind ganz viele kleine Schritte, aber das war sicher ein Ausschlag nach oben, wobei IB das Spiel auch nicht so gut war. Das ist vielleicht ein Punkt, aber es hat mehrere Heimspiele gehabt, die sehr gut waren, es ist auch auswärts, in Sion, wo es relativ, kann man sagen, relativ souverän dann gewonnen hat, also wo es nicht so in Gefahr geraten sind, oder in wenige Gefahr geraten sind. Sie hatten schon einige Spiele gehabt und sie mussten auch viele Schritte kleinere machen, weil sie sind recht im Seich gewesen. Also es sind ja mal sieben Punkte gewesen, und jetzt sind es, gewisse Punkte Vorsprung, und das haben wir müssen aufholen mit einfach kleinen Schritten, und dass man halt dann 2-1 gewinnt und nicht irgendwie 3-0, das ist auch ein Teil von dem, also wenn man in so einer Negativspirale drin ist, oder so im Negativen drin, dann ist nur schon mal ein Unentschieden, dann wäre es schon gut, dass nicht der Trend weitergeht. Man vergisst immer, und man denkt immer, ja gut, jetzt ist es wie früher, aber das ist es nicht. Sagen wir auch bei Mannschaften, in anderen Regionen, oder in anderen Ländern, oder auch so in der Schweiz, das ist, wenn das mal so im Seich ist, das ist ein extremer Aufwand, dass es überhaupt nur schon, dass es nur schon besser wird, und nicht das. Das heisst, dass es besser werden, das heisst, es muss dann besser als der Gegner sein, und alles zählen. Das geht nur mit kleinen Schritten, und das haben sie von mir aus gesehen so gemacht, und ich würde jetzt noch nicht sagen, ja es braucht irgendwie einen überragenden, und dann ist wieder alles wie letzte Saison. Das wird es auch nicht mehr, diese Saison. Was gefällt dir denn aktuell am meisten beim FCZ? Was macht dir Freude, wenn du aktuell am FCZ zuschust? Der Teamzusammenhalt. Vorher, in dem ersten Saisondrittel, hat man sich ratlos angeschaut, man hat umgeiftelt, gegenseitig. Das ist nicht mehr, es ist eine positive Stimmung auf dem Platz. Natürlich, wegen dem Resultat, das macht sehr, sehr viel aus, dann ist es viel, viel einfacher. Aber auch wenn es mal nicht läuft, wenn sie Goal bekommen, wie jetzt bei dem IB, gegen IB, wo sie zweimal den Ausgleich bekommen, oder wie bei dem 1-0, gegen Luzern, nach dem Penalty, sie bleiben irgendwie ruhig, und das macht sehr, sehr viel aus. Und das muss man ein paar Spiele, auch wenn es jetzt negativ überlaufen, müssen wir ein paar Spiele aushalten. Dann sagt man, es ist wirklich grundsätzlich etwas besser. Und ich glaube das eben schon. Also ich, wenn man jetzt sogar noch so ein Spiel nimmt, ich würde sogar noch zurückgehen, zum Beispiel das 0-0 in Basel, oder das 0-0 in Higa gegen IB, das ist in einer schwierigen Situation, sind das Rissschritte, wo man einfach in Basel, wo man einfach hinten nie gestanden hat, man hat die Bölen rausgehauen, und der Katic ist mehrmals da Blut überströmt, auf dem Platz gestanden, ja immer wieder, immer wieder, der hat den ersten Zweikampf, den er gehabt hat, und dann nicht so, und er immer wieder die Tourbahn wechseln mussten. Also das sind so die kleinen Schritte, und ich glaube, Zürich hat das irgendwie sehr gut beleidigt, mit diesen kleinen Schritten. Also das Gegenteil von dem, was bis jetzt ist, jetzt die kleinen Schritte nach oben. Was denkst du, wie viel hat da der Bo Hinrichschen beitragen? Wenn ich jetzt mal sage, Bo Hinrichschen hat, dazu 90% beitragen, dass jetzt der FC jetzt so gut da steht, willst du mir zustimmen, oder willst du mir nicht zustimmen? Ich würde nicht zustimmen, 90% finde ich extrem viel, dass einfach ein Trainer das macht, weil am Schluss müssen Spieler machen. Der Trainer kann einen Schalter, also er kann grundsätzlich mal einfach durch seine Art, ob vieles verändern, er kann wie einen Schalter drücken, aber die Spieler müssen es umsetzen. Es ist genauso wie der Trainer von mir, der nicht schuldig ist, immer wenn man verliert, es wird immer am Trainer festgemacht, aber Spieler sind auf dem Feld, die verlieren. So sehe ich den Anteil kleiner, aber im Verhältnis zu anderen Trainern schon sehr, sehr gross. Jetzt konkret, was hat man für dich? Ich bleibe jetzt gerade ein bisschen beim Trainer, weil ich merke, du bist jetzt nicht irgendwie, du hast jetzt nicht irgendwie, du hast jetzt nicht irgendwie, du lobst ihn jetzt nicht gerade mit den grössten Tönen. Was siehst du dann in Bo Henriksen? Was findest du toll an ihm? Oder was denkst du, bringt er mit, aber was bringt er eben auch nicht mit? Also was hat er, jetzt im Gegensatz zu anderen Superleague-Trainer, aber wo sind da ein bisschen seine Macken? Also Macken, ich mag, ich kenne nicht, ich sehe einfach, was auf dem Platz ist und ich hatte das Gefühl, was ich auf dem Platz sehe, das ist ja nur eine Spitze vom Eisberg, wenn es hinten dran ist, das ist viel, also es ist viel noch mehr, aber er nimmt die Spielerinnen in den Arm, zum Beispiel. Das ist etwas, das muss man heutzutage fast machen. Es gibt wenig Trainer, die das nicht machen und sie haben trotzdem einen gewissen Erfolg und es gibt auch Trainer, die das machen und sie haben vielleicht nicht Erfolg, aber es ist ein Teil von einem guten Trainer zu sein, dass man physisch ist. Also die Balance finden zwischen irgendwie Kumpel, Lehrern sein und aber in einer Art, wenn man jetzt das mit Junioren wäre, also man kann ja, es ist ja ein Stück weit eine Grenze, man muss eine emotionale Grenze überschreiten, man muss irgendwie auch, es muss auch eine Akzeptanz sein, also ein Spieler muss sich will, um die Arme lassen von einem Trainer. Es gibt vielleicht, wenn ein Spieler irgendwie schlecht drauf ist, dann lache ich mich gar nicht, lache ich mich nicht an. Und das, er bringt das irgendwie an und das ist eine Sache, die in der Kabine ist. Es läuft in der Kabine, glaube ich. Also dass er auch mit den Spielern, die zum Beispiel nicht spielen, wahrscheinlich gut umgeht, dass er positiv bleibt. Das finde ich extrem wichtig, also nicht irgendwie einen Spieler vor allen anderen zusammenstufen. Das ist eigentlich auch zum Beispiel ein Urs Fischer sein Geheimnis. Also ein Geheimnis ist nicht ein Geheimnis, aber das ist ein Urs Fischer sein Rezept für den Erfolg. Und ich glaube, das macht der Henrik. Das ist eines der Punkte, dass man die Spieler erreicht. Und der Voda hat wahrscheinlich die Spieler nicht erreicht. Und dann liegt es schon am Trainer, aber es sind Spieler, die das dann umsetzen. Und das meine ich eben mit diesen 90 Prozent. Ich muss sagen, wenn ich den Henrikhsen höre, dann erinnert mich das sehr. Ich bin mal so in jungen Jahren an so einem Training gewesen zum Thema Time Management. Und dort ist auch ein dänischer Speaker gewesen, der über das geredet hat. Und der ist im Prinzip eins zu eins auch gleich geredet wie der Bo Henrikhsen. Also ich habe das Gefühl, der Bo Henrikhsen ist auch bei dem gleichen Coach oder Timemanagement. Es ist wirklich eins zu eins und man hat das gleiche Gefühl nachher gehabt. Ja, es ist super, es gelingt uns alles, es wird alles gut. Und es ist eigentlich ganz einfach, das ganze Time Management und so weiter. Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Wikinger-Style. Das gleiche Englisch, gleiche Akzent und gleiche Motivation. Gleiche Energie. Ich kann mir vielleicht zeigen, dass es vielleicht auch genau das Wikinger-Blut, was ausmacht, oder? Kann sein, aber es sind ja nicht alle Dänen so. Es sind einfach die zwei. Sehr gut. Ja, aktuell ist der FCZ in einer, also nein, nicht in der Winterpause, Entschuldigung, in der Nazi-Pause. Viele FCZler sind mit der Nationalmannschaft unterwegs. Leider niemand mit der Erstmannschaft von den Schweizer Nazi, was sowieso ein bisschen nicht so oft der Fall ist, seit Murat Jakin Nazi-Trenner ist. Nora, denkst du, Jakin hat im Generellen etwas gegen den FCZ, oder sind die FCZ-Spieler einfach nicht nicht allzu gut? Was soll ich sagen? Er ist vielleicht nicht so kritisch gegenüber dem FCZ, wie ich gegenüber ihm. Nein, er ist noch nie bekannt dafür gewesen, dass er den FCZ besonders gerne hat, aber ich bin als Nazi-Trenner sollte er das hoffentlich auch hinterher anstellen und ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob der FCZ gerade im Moment jemanden hat, den ich mir finde, der drängt sich mega fest auf, um ihn in der ersten Mannschaft zu spielen. Logisch kann man sagen, man könnte da durchaus ein, zwei rauspicken, wo vielleicht statt in der U21 doch vielleicht mal auch könnte den Auftritt im Eins machen von der Nationalmannschaft, aber da drängen sich auch noch ein paar andere auf, wo ich finde, spielen eigentlich nicht unbedingt zwingend noch in der U21, sondern wäre in meinen Augen vielleicht gescheitert, um schon langsam raufzuholen, weil es wäre doch langsam, aber sitz man auch im Nationalteam ein bisschen schaue, dass da genug Durchmischung mit den Jungen käme, weil langsam, ja, ich weiss nicht, es drängt sich das schon auch ein bisschen auf das Thema. Kannst du es gerade nehmen? Also ja, in der U21 hätte der Umarag jetzt durchgespielt. Unter anderem. Genau. Ich muss ehrlich sagen, es gibt immer wieder so Dinge, wo ich finde, eigentlich wären sie besser weiter oben aufgehoben. Also ein Doi von Basel oder ein Males wären in meinen Augen relativ gut für in den 1-Nazi oder eben ein Tergiu. Im Krasniki kann man sich definitiv auch überlegen. Er hat jetzt aber auch im U21 und hat es nicht mega viel gespielt. Ich denke, das kommt ein bisschen aufs Spielsystem an, aber es ist ein junger Wilder. Von dem her gesehen. Ich weiss nicht, was der Murat da eigentlich so genau aufhaltet, um an den älteren Kaliber festzuhalten. Entsteckung. Ich denke, letztes Jahr, als der FDS die Meister wurde, hätte man sicherlich auch den oder anderen Spieler an die WM mitnehmen. Ich denke jetzt an Marquis Hanu vielleicht. Ich weiss auch nicht, aber er hat ja lieber eine Botane aufgeboten. Lukas, wie siehst du das Ganze? Nein, ich bin, ich habe es ehrlich gesagt, ich bin da voll auf der Linie von Morat Yakin. Ich glaube, sowieso, als es herauskam, dass Tami ihn gewählt hat als Nationaltrainer, habe ich das sehr, sehr gut gefunden vom ersten Moment an, weil er passt sehr gut in die Rolle als Nationaltrainer und ich glaube, er macht auch sehr gute Entscheidungen und ich muss sagen, jetzt die Mannschaft, also Nazi, jetzt gespielt hat die letzten zwei Spiele, aber auch schon vorher. Portugal ist eher eine Ausnahme an der WM, aber die Entwicklung der Mannschaft, wie sie spielt, ist sehr gut und ich bin eigentlich richtig begeistert. Ich war noch nie so begeistert von den Anadzi wie jetzt unter Murat Yakin und jetzt die zwei Spiele, die diese Woche waren, sind absolut der Hammer gewesen, auch wenn es natürlich Gegner nicht so stark waren, aber ich habe wirklich die Anadzi noch nie so Spiele gesehen, noch nie so dominant gesehen spielen, noch nie so klar gesehen, so überzeugend mit wirklich sehr guten Laufwegen, mit einfach gutem Verständnis und klare Ideen, wie sie spielen wollen. und ich denke, er macht es auch in der Selektion gut, ich habe auch noch reingeholt, den U21-Nazi diese Woche und Becci Romeragic hat wieder mal miserabel gespielt gegen Israel, also von dem ist er wirklich überhaupt kein Kandidat im Moment, den Marquesano, hätte ich auch nicht mitgenommen, ist natürlich einfach in dieser Mannschaft im FCZ wichtig gewesen und sehr gut, letzte Saison, er ist sowieso sehr konstant gewesen, in den letzten Jahren der konstanteste Spieler beim FC Zürich, aber eben für den Nazi, da ist er einfach ein wenig zu wenig physisch stark auf dem Niveau, ein wenig zu unkonstant und auch in der Defensive ein wenig zu wenig verhebend, also von dem her ja, sehe ich das identisch, also die Aufgebote, die Morat Jakim macht und wie er wieder aufstellt, also finde ich optimal. Für mich ist noch der Punkt, also sagen wir, das letzte Saison sind ja eigentlich mit Ausnahme von Marquez Aram für den Brecher sind die Schlüsselspieler Ausländer gewesen, also so viel haben wir dann gar nicht können nehmen auf diesen Positionen und der Cem Ayli, der ist ja gewesen, der ist ja zurückgetreten von der Nazi, das ist auch noch ein Punkt und wenn ich die Möglichkeit habe, vielleicht von zwei eigentlich guten Spieler, dann würde ich den Jünger mitnehmen und so hat er sich dann zum Beispiel jetzt für den Rieder entschieden, für die WM. Ja und da kommt eben noch dazu, er schaut sehr stark auf den Formstand und eben im Herbst ist ja der Formstand von Marquez Aram nicht so stark gewesen. Was ich interessant finde, ist wie sie gespielt haben, die Momente, der Nazi ist, für mich erinnert es extrem an Boudou Glimt, also sie haben jetzt sehr ähnlich gespielt, wie Boudou Glimt habe ich gespielt, wo ich mit Ball besitze und den Gegner wirklich weit hinten hineindränge, einfach so spiele, dass der Gegner überhaupt nicht in den Zweikampf hineinkommen kann, einfach immer, wenn man Ball ist, immer genug Abstand hat zum Gegner und wenn der Gegner angreift, sofort den Ball spielen und immer eine gute Passoption hat, zwei Passoptionen wenn möglich und dann eben über die Seite mit der Ecke angreifen. Und der FCZ spielt jetzt unter Bo Henrichsen eben auch ein bisschen in der Nacht. Es ist ja weiterhin so, dass der FCZ Ballbesitzfussball spielt, wie unter dem Voda, man hat das stark geändert im Vergleich zu letzten Saison, wo man auf Konterfussball gespielt hat, beim Breitenreiter, jetzt ist aber so, dass man einfach noch nicht so ganz die Spieler dazu hat für den Ballbesitzfussball, das ist ein bisschen das Problem, also man hat einen grossen Teil von der Mannschaft ist eher gut im Konterfussball, aber trotzdem finde ich, dass Bo Henrichsen das sehr gut macht, er wird von vielen unterschätzt im taktischen Bereich, weil er eben so motivierend ist, was sie vorhin erzählt haben, was natürlich sehr stark auffällt bei ihm, beim Henrichsen, was er auch sehr betont hat am Anfang, ich glaube, er hat das auch ein bisschen betont, weil das auch die Vereinsführung vom FCZ so hat gehören, dass sie jetzt da wieder einen holen, der ein bisschen ähnlich ist wie den Breitenreiter, aber man darf nicht vergessen, dass er eben der Henrichsen taktisch sehr versiert ist, man sieht das in jedem Spiel und das Problem ist halt einfach, also einerseits kann er der Mannschaft das sehr gut rüberbringen, was sie machen, aber die individuelle Qualität für das Spiel, was er gerne will spielen, haben einzelne Spieler nicht so ganz, trotzdem reicht es, zum jetzt die zwei beste Mannschaft sein, bis jetzt im Jahr 2023, aber wenn man im Sommer vielleicht noch die eine oder andere Korrektur kann machen auf gewissen Positionen, ich bin zum Beispiel mit Nikola Katic überhaupt nicht zufrieden bis jetzt in der zentralen Verteidigungsposition, nicht als Aufbauspieler, dann könnte das sehr gut werden, auch in der nächsten Saison. Jetzt hast du einen rechten Spruch gemacht von der Natsi zum Mikro Katic und auf die nächste Saison, ich würde jetzt gerne deine Aussage schnell sortieren, Bo Hinrichsen, du hast gesagt, er möchte Ballbesitz, Fussball, hat aber aktuell nur Spieler, die Konterfussball können. Nicht nur, aber zum grössten Teil, ja. Zum grössten Teil. Zu denen hat sicher auch Adrian Guerrero gehört, der ist jetzt verletzt. Wie sehr schmerzt es dich aktuell, Toni, dass Adrian Guerrero ausgefallen ist, spürt man das in deinen Augen beim FCZ-Spiel? Nicht ganz, Adrian ist zwar ein anderer Typ Spieler, aber ich bin überrascht, wie wenig man es spürt. Es ist vielleicht manchmal mehr über rechts, wo gespielt wird, kommt etwas tiefer runter, aber ich hätte eigentlich spürt, dass ich es mehr spürt und das hat andere Spieler, die jetzt in die Presse springen. Ich habe gesehen, wie sie passiert sind, viele Angst gehabt, dass Aliti offensiv nicht so gut ist auf der linken Seite, wo Guerrero spielt, aber er hat offensiv einiges gebracht, einige gute Aktionen gehabt, er letztendlich gegen Luzern, aber was eigentlich ein Problem ist, und das überrascht vielleicht, wenn er auf der linken Seite spielt, ist defensiv, weil er in der Rückkehrsbewegung nicht so schnell ist, und Guerrero kann dort eher noch zurückrennen und noch rechtseidig zurückkommen, Guerrero hat ja ein enormes Laufpensum manchmal, das ist eher ein defensives Problem, der FCZ hat zuletzt über die linke Seite recht viele Gegengole bekommen, mit dem Angriff vom Gegner über die linke Seite des FCZ und dann mit Flanken in die Mitte, und das war eben vorher unter Guerrero ein bisschen mehr im Griff gewesen, defensiv, hingegen offensiv denke ich, dass Aliti das auf eine andere Art und Weise macht, als Guerrero, aber genauso gut. Ich bin ganz fest für dich, ich finde auch, Aliti ist ein super Spieler, aber er ist nicht ganz so komplett, wie Guerrero ist, in meinen Augen gehört, der Guerrero ist ein kompletter Spiel gegen Kinder und Gegner hat relativ viel Zug und das hat Aliti nicht im gleichen Mass. Das merkt man schon in so Spielen, wenn er Gegner zieht, dann weiss er fehlt nach hin und umgekehrt. Wenn er hinten bereit ist, ist er langsam Druck gegen Führer aufbauen. Ich hoffe sehr, dass er daran arbeiten kann und in diese Rolle hineinwächst. Laufpension vielleicht noch bekommt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das noch wirklich wird. Man muss aber schon sagen, gegen Luzern beispielsweise hast Aliti schon recht weit vorne gesehen und unter anderem auch der Rechtsverteidiger von Luzern heisst. Oettinger. Oettinger hat er auch getunneln. Er ist doch ein bisschen technikaffin, auch wenn er nicht so aussieht. Aber ich finde, wir können uns auch bei ihm bedanken, dass der FCZ auf so einer guten Spur ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Er ist ein super Spieler, wie gesagt. Ich glaube, er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich bin auch ein grosser, grosser Aliti-Fan, aber schon lange. Was ich sage, ist, er kann nicht beides. Wenn er nur auf die Defensive konzentriert, ist er sehr stark und das recht gut. aber wenn er beides abdecken muss, sprich, immer rauf und runter laufen, dann kann er nicht gleichzeitig hinten sein und vorne sein. Guerrero kann das einfach ein bisschen besser. Also, ich finde, viel besser. Aber der Aliti ist für mich der Spieler, der die Basis ist von diesem erfolgreichen Team, der nachher den Meistertitel geholt hat. Man hatte die ganze Zeit Probleme, immer beim FCZ auf der linken Seite. Und als er gekommen ist, also dort haben wir noch mit Viereranwehr gespielt, ist endlich die linke Seite stabiler geworden. Und er hat einfach eine Mentalität reingebracht, die beim FCZ über viele Jahre gefehlt hat. Er bringt einfach das Bodenständige rein, den Kampfgeist und die Solidität, die gefehlt hat. Er ist sehr wichtig für die Mischung, für die Mannschaft, schon seit Jahren, seit er beim FCZ ist. Für mich war das Fundament, als er gekommen ist. alle anderen, die noch dazu gekommen sind, hat das Fundament, also das Haus auf dem Fundament aufgebaut. Wie siehst du das eigentlich mit der aktuellen Spiellücke, das hatte ich gar nicht gefragt. Zwei Siege, zwei Unentschieden im Letzzi, ein Niederlag gegen Lugano, das hat nicht, also ein Spiel gegen Lugano, das ist jetzt absolut desaströst gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Wie hast du jetzt, was hast du für einen Eindruck von den letzten paar Spielen, unter anderem, wenn wir jetzt auch, sagen wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal noch die Neuverpflichtungen, die der FCZ im Winter betätigt hat. Ja, es ist, also ich habe Lugano-Spiel nicht so schlecht gefunden, ehrlich gesagt, es sind einfach zwei Konter gewesen, also gut, das zweite Gegengaal, dort haben wir einfach geschlafen vor der Pause, das erste Gegengaal hat der Okita, der Ball, sehr, nicht unglücklich, ein bisschen zu nonchalant verloren vorne. Grundsätzlich, ich meine, die Resultate sind jetzt gut, jetzt im 2023, die zweitbeste Mannschaft besetzt in dem Kalenderjahr, dass man gegen Luzern 2-1 gewinnen kann, obwohl man schon wieder einen skandalösen Penalti bekommen hat, wobei man muss sagen, Cemayli, in der zweiten Minute hätte es auch die Penalti geben können, aber dann dort, wo es dann tatsächlich die Penalti gepfiffen wurde, das war jetzt wirklich gar nichts. Ja, trotzdem konnte man das Spiel noch drehen und das ist sicher positiv, man schiesst immer noch nicht so viele Goale, aber man ist natürlich unter dem Bo-Henrikson defensiv viel, viel stabiler wurde und von dem her auf dem kann man aufbauen. Vor allem haben wir jetzt auch einen, der regelmässig trifft mit dem Tozin. Also wenn man dann hinten stabiler wird, dann hat es einen, der in jedem Match irgendeinen macht oder wird sogar zwei, dann ist die Chance schon sehr gross, dass man dann wirklich grosse Gymbe machen kann. Und wenn Santini auch noch fit wird, dann muss er aber gegen Angst haben. der wird aber nicht mehr fit. Also du hast ja noch gesagt, wegen den neuen Leuten hast du noch die Frage gehabt. Das kann ich noch unterschlagen. Das können wir vielleicht auch noch diskutieren, die einzelnen Spieler. Wir hatten ja eine riesige, riesige Situation mit dem Galic League, wo das Go geschossen hat und sofort überzeugt hat. Auch schon bis zum ersten Einsatz gegen Luzern, wo es eigentlich nachher gekommen ist. und dann haben wir den Massiu, der jetzt zumindest einmal eingesetzt worden ist, der einigermassen solid agiert hat. Und dann ist natürlich der Schimic, wo wir vielleicht diskutieren können. Wir haben ihn ja zum Thema gemacht, gerade nach der Winterpause mit seinem Doppelpack. Gegen Luzern hat er nicht mehr getroffen. Er ist ein Stürmer, der vorne gut ist, wenn man ein Spiel macht, was eigentlich die FCZ macht. Aber dann war es gegen St. Gallo so gewesen, dass man in Unterzahl gekommen ist und auf Konter spielen und dann hat er Schimic rausgenommen, weil er kein Konterstürmer ist. Aber ich finde, er hat gute Ansätze, aber bis jetzt hat er die Rolle noch nicht gefunden. Es ist vielleicht von der Hierarchie so, dass er in der Hierarchie der Mannschaft nicht auf einer der obersten Positionen ist. Aber er arbeitet viel, macht viel. Er erinnere mich in der Hinsicht an Buenic. Er hat aber sicher mehr Talente und hat einiges drauf. Ich denke, da könnte schon etwas kommen. Ich erinnere mich auch sehr gerne zu Rougas Derby, wo er gekämpft hat. Wie, weiss Gott, er hat jeden Ball gekämpft und ist auch der Grund, wieso geht es nicht so gut er aufspielen. Aber dann natürlich auch noch die hundertprozentige Chance im Derby, wo er den Ball übergespielt bekommt. Erinnere dich dich nicht so gerne zurück? Doch, ist okay. Man nimmt es ja so hin. Nein, aber ich finde auch, der Schimisch macht es mega gut. Er ist wirklich ein energetischer Spieler. Auch gegen Bern ist er reinkommen und sozusagen er hat einfach Power auf den Platz gebracht. Es ist schön zum zuschauen. Ich finde es toll, aber mir passt wie so. Das, was er mit dem Ball macht, wenn er ihn hat, noch nicht so ganz. Ich hoffe, es liegt am Alter. Also, an der Gehen kann es sicher nicht liegen. Nein. Eigentlich hat er Talantia, ich weiss noch nicht genau, ich bin schon einfach zu nervös. Ich weiss es wie nicht, er kommt mir schon recht nervös vor, wenn er reinkommt und dann hat er recht viel Druck, weil es heisst ja, du bist jetzt Joker und so. Aber ich weiss nicht so genau. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, er ist mega, mega parat. Er hat mega Bock auf das Feld gehen und richtig Lust zu spielen. Das zeigt er auch, dass er wirklich viel beteiligt ist und der Ball schnappt und dranbleibt. Aber irgendwie erinnert hat und wirklich so wie okay, was mache ich jetzt mit dem. Ausser eben da, als er auf der Rona gespielt hat und der Rona die 120% vergeben hat. Aber ja, passiert glaube ich hin und wieder mal. Vor allem im Brunnen leider. Bei St. Bala war für mich das eigensinnig. Er hat die Bälle verloren durch seinen eigenen Sinn und hat die Spieler, die besser gestanden sind, angespielt. Mehrmals. Für die Mannschaft wäre es besser gewesen. Er hat mit einem Kollegen den Pass gespielt. Dann wäre der Angriff weitergelaufen. Er hätte gar auch eine große Chance gegeben. Ist das vielleicht das Problem von den ausgelähnten Spielern? Wenn man einen Spieler von der anderen Liga für ein halbes Jahr holt, nehme ich nicht an, dass der Spieler sich für die Mannschaft interessiert, sondern dass er sich selber profiliert. Wahrscheinlich den Charakter an. Es kann schon sein, dass es eine Tendenz für den ist. Vor allem als Stürmer. Ich will einfach weiterkommen. dass es mir nach der Besser geht. Ich bin nach der wieder weg. Das kann schon sein. Aber ich schätze, dass er mich nicht einfach so ein. Ich kenne zu wenig. Ich weiss zu wenig über ihn. zu wenig zu wenig probieren. Es ist wichtig, dass sie zusammenhalten. Es gehört ja zusammen. Von dem her gesehen. Ich weiss auch nicht. Als Stürmer bist du froh, wenn du diesen goldigen Pass bekommst. Dann willst du es ja auch. Ja. Es ist ja hin und wieder einmal. Ich glaube, es ist auch seine Lernkurve. Egoistische in St. Gallen zum vielleicht schon nicht mehr so Egoistische in Bern. Ich weiss auch nicht. Oder so. Vielleicht kommt das noch. Der FCZ hat genug gute Transfers gemacht im Winter. Man hat erwartet, dass man einen Stürmer holt. Das hat wir. Wie wir gerade vom Schimic geredet haben. Und auf Isle zufälligen Tag unter der Woche bekommen wir die Meldung Neuverpflichtung einen sogenannten Matthew. Auch wieder aus einer unbekannten Liga, die man nicht auf dem Schirm hatte. Niemand darüber geredet und auf einem Spieltag war. Lukas, hast du mit dem Transfer noch gerechnet gehabt, dass wir tatsächlich noch Mittelfeldspieler holen? Nicht unbedingt, nein. Aber ich denke, die Verpflichtung ist in erster Linie gedacht für nächste Saison, er wird dort schon ein paar Einsätze haben, hat ja jetzt auch gespielt, mit dem Kohn zusammen, und Gemayli war nicht so schlecht gegen Luzern, aber es kommt natürlich so, dass man damit rechnet, dass wahrscheinlich das NS geht im Sommer und dass Gemayli möglicherweise aufhören und dann braucht es dort wieder einen und ich denke, der Massio ist so ein Spieler für diese Position, passt vielleicht haben sie sicher auch auf Herz und Nieren geprüft menschlich, dass er gut in die Mannschaft passt, das wird sicher der Fall sein, er hat in Norwegen gespielt, jahrelang, auf gleichem Niveau wie in der Super League, also es ist wirklich absolut vergleichbar, ich muss sagen, Norwegen oder Dänemark sind im Moment in gewisse Hinsicht sogar besser als Super League, also vor allem taktischer Hinsicht und er wird da sicher eine gute Rolle spielen können, er ist jetzt nicht so ein wahnsinnig auffälliger Spieler, aber er ist ein sehr solider Spieler, der möglicherweise da eine gute Lücke fühlt, der in der Mannschaft z. mit Kondé zusammen, Kondé wo ein Spieler ist für spezielle Momente, wo immer wieder spezielle Balleroberungen hat, aber auch spezielle Pässe spielt, sehr gute Pässe nach viel spielt und Messio ist ein Rädchen in der Maschine, das am Laufen hält und er sehr gut sein für Babsitz Fussball, weil er einfach spielt. Im Babsitz Fussball ist es sehr wichtig, dass du Spieler einfach spielt, kurze Pässe sofort abspielen, nicht noch lange überlegen und in dem Bereich ist er gut. Er ist ein kleines Teil einer grossen Maschine, er hat vergangenes Wochenende gegen Luzern oder vor zwei Wochen Entschuldigung den Einstand verfeuert, Startelfdebut einen Penalty verschuldet und viele Fehlpässe gemacht zu Beginn der zweiten Hälfte, nicht so hoffnungsvoll fühlt bei meinen Ahren. Es ist dann für mich so ein bisschen nach Konti am Anfang, weil ich nicht überzogen war. Ich als grosser Dumpia-Fan. Große Fussstapfen, große Fussstapfen, würde ich sagen. Unglaublich große Fussstapfen, du kannst fast gar nicht fühlen, aber er macht es sehr gut. Er ist auch immer wieder am Wachsau dran und macht es immer besser. Wer weiss, vielleicht kommt er ja dann auch noch. Das ist ja erst am Anfang. Was sich aufdrängt, ist die Frage, wie spielt er mit Krosnitschi zusammen? Für mich ist Krosnitschi einer der sehr talentierten Spieler, den kann man ruhig noch ein bisschen mehr fördern. Wenn im Mittelfeld im Sommer die grosse Altersdebatte ausbrechen wird, vermute ich, dann denke ich dass Krosnitschi auch seinen Platz finden sollte und kann finden. Darum auch mit Matthew sehr gut zusammenspielen. Das weiß ich weitzähnig, das fände ich spannend herauszufinden. Denkst du, dass wir mit Krosnitschi planen, dass er starten ist ab nächster Saison? Ich hoffe es. Er ist eigentlich unter Henrichsen immer Stammspieler Krosnitschi er hat ihn sehr gepusht und er ist schon letzte Saison sogar unter der ersten Elf gewesen, knapp nicht, er war die Nummer Zwölf von der Spielminute her, aber er hat gleich viel gespielt wie der Schemaili und diese Saison wurde unter Henrichsen vor allem zum Stammspieler geworden. Jetzt muss man schauen wie das mit Messio ist, Krosnitschi könnte aber auch für Marquezano seine Position übernehmen, das ist auch eine Variante. Krosnitschi hat wirklich immer sehr gute Einsätze, hat sich gemacht, hat sich gesteigert in der Anfangsaison und hat sehr viel defensiv machen müssen. Krosnitschi ist sowieso für mich seit Jahren ein Lieblingsspieler gewesen und hat aber dann wirklich die Challenge League gebraucht in Wiel wo er defensiv an sich hat können arbeiten. Anfangsaison hat er auch sehr viel defensiv gemacht und jetzt wo Krosnitschi immer mehr Sicherheit bündet, immer souveräner wird, dann kann Krosnitschi wieder viel mehr offensiv machen, man hat das gesehen gegen Luzern, er war ganz entscheidend beim 2-1 Goal beim entscheidenden Sieg Treffer in Vorbereitung von ihm. Ja, das ist für mich der entscheidende Schritt gewesen, in dem Spiel. Also Zürich hat mit Matthew so eine schlechte zweite Halbzeit gespielt und Zürich in dem Moment mit zehn Halbspielern gespielt und Krosnitschi mit elf Halbspielern gespielt als mit einem Spieler mehr und das hat den Umschwung gebracht von mir aus gesehen. Er hatte auch mehrere gute Aktionen gehabt und es war auch so , dass man sagen , der Sieg verdient nachher, nachdem er die erste Viertelstunde gegen Luzern mit den drei Grosschancen überstanden hat. Also ist es eigentlich gut, dass Gemayli Sepp Dracid der jüngeren Generation Gemayli Junior Krosnitschi und Selnes auch abgeben wird. Aber kann man das irgendjemand von euch erklären? Wieso spielt Selnes nicht mehr? Er hat doch so gut gespielt noch in der Vorrunde. nicht ganz daraus. Er hat von mir ausgesehen einen, der oft auch spiel langsam macht. Und ich habe mir überlegt er nicht mehr und Zürich läuft besser als wenn er noch dabei war. Es ist oft so gewesen. Als Spieler habe ich ihn gerne gehabt. Ich muss sagen, als Typ habe ich ihn gerne gehabt. Aber es ist oft so gewesen, dass er rumgeschaut hat und er wäre der gewesen, der die Schritte machen musste. Dort ist er oft in Gedanken oder vom Laufen her nicht gelangt. Am schlimmsten fand ich er von mir aus gesehen, auch wenn andere die Schuld waren an dem Goal in Lausanne beim Club, wo er ausgeschieden ist, er mit dem dummen Freistoss, der im Ansatz schon gesehen war, wie schwierig das ist, zu spielen, und er nie so hätte spielen dürfen. Er war pur Überheblichkeits, dass er in so einem Moment gegen so einen Gegner auf so einer Rase einen Freistosser so spielt und sich selber so überschätzt, das war für mich ein extremes Ärgernis. Er hatte Licht und Schatten, aber dass er nicht dabei ist und es läuft Zürich besser, ist für mich nicht unbedingt ein Zufall. Da bin ich ganz bei dir, Toni. Aber anfangs der Saison war das grosse Problem beim FCZ, dass der Seelenäser sich zuerst an Rhythmus wieder gewöhnen musste. Man hat das gesehen, ein Testspiel im Sommer gesehen, da war er schon nach ein paar Minuten total ausgebumpen und er nicht mehr konnte. Und nachher anfangs der Saison war wirklich ein Handicap für die Mannschaft und mit dem schlechten Saisonstart seine Leistung und dass man zu viele solche Spieler auf den Platz hatte, die sich zuerst an den Rhythmus gewöhnen mussten, hat eine grosse Rolle gespielt. Aber dann im Verlauf der Vorrunde hat er sich gesteigert und ist wirklich besser geworden in jeder Hinsicht offensiv und defensiv und dann in der Wintervorbereitung hat man dann gesehen, er wäre eigentlich vorgesehen gewesen als Stammspieler in der Rückrunde. Aber er hat sich dann verletzt im letzten Testspiel gegen Thornbier war es glaube später noch und dann nachher hat er eben nicht gespielt wieder verletzt war. Aber ich bin nicht unglücklich. Ich finde es super jetzt die Spieler die man jetzt hier hat. Ich finde der Kondé sollte man pushen, der Katici sollte man pushen und der Messio muss man langsam hinführen und der Gemayli kann eben seine Highlights bringen. Wenn der Gemayli Halbzeit spielt oder weniger als Halbzeit dann ist er so viel besser als wenn er 60 oder 70 oder 80 Minuten spielen muss. Dann kann er sich voll seine Energie voll in die 30 oder 45 Minuten reinlegen und dann sieht man seine Qualität die er noch hat dann kann er das voll ausspielen. Von dem ist die Situation jetzt ganz gut. Er kommt einfach hin wie damals der Gemayli wie ich mich erinnere hat ja seine Mühe gehabt sich an europäischen Fussball zu gewöhnen und ist man vielleicht auch ein bisschen zu ungeduldig mit dem Selnes oder ich finde das ist ein anderer Spielertyp also ich meine der Gemayli ist einfach mega energetisch reingegangen und also hat glaube ich seine eigenen Grenzen noch nicht so ganz wirklich gemerkt und hat dann einfach nicht mehr gemerkt hat aber sich wirklich ja blöd gesagt ausgekotzt für das Team und beim Selnes hast du das wie nicht ich habe so vom Empfinden her ist es für mich bei Selnes mehr so eine Schnarchtasse gewesen was das Spiel extrem beruhigen aber ich meine der Gemayli ist eine Rakete im Vergleich er hat einfach nicht so viel Energie aber ist einfach schnell aufgebrucht und das ist das auch was zu so einer geheimen Waffe macht der kann auf den Platz kommen wenn alle anderen schon so schwierig dann bringt er noch mal Blutgrätsch eben der kommt und dann läuft das auf den Platz ich glaube nicht also es wäre mir neu für dich dann eine Vorbereitung vom 2-1 gegen IB oder dort mit dem Rona zusammen sind Gemayli und Rona reinkommen und zusammen das Goal vorbereitet zum 2-1 Ist es also gar nicht mal so schlecht dass die FCZ die zwei Mittelfallsspieler abgibt muss man auch wieder in Transfermarkt eingreifen oder hat man genug junge Talente wo man sagen gut ok jetzt setzen wir ab nächstes Saison im Mittelfeld voll auf die Jungen und hoff dass das gut kommt oder braucht es für euch doch noch eventuell einen erfahreneren Mittelfeldspieler wo der Junge wieder wieder bisschen sendet und unter die Arme greift ich bin immer pro jung also von dem her gesehen ist das für mich ok aber ich kann transfermarkt einfach sagen ich schaue nicht drauf ist für mich immer eine heiße Sache weil du weisst nie wer dann im Endeffekt trotzdem würde gehen und zudem finde ich jetzt bei Zürich muss man vielleicht so ein bisschen ersatz suchen für die Flügelläufe bei Guerrero abdecken wie man jetzt merkt aber trotz allem finde ich ist dort Zürich nicht unbedingt stabil aufgestellt und kann vielleicht noch ein bisschen reinvestieren also mehr so in Defensive ich meine der Rohnner ist gegen Führer extrem stark aber in Defensive kann man vielleicht noch schauen was da noch so rum Mönir ich denke auch dass dort Backups fehlen damit zu dass Borjanovic und Guerrero wirklich sehr starke Spieler sind auf dieser Position oder auf der Liga das ist sehr schwierig da noch zu finden aber es wäre natürlich gut wenn man gute Backups hat ich habe schon erwähnt dass in der Innenverteidigung braucht da muss man etwas schauen übrigens interessant Karol Metz mit St. Pauli da kommen praktisch kein Gegen Goal der Karol Metz spielt aber es ist auch so dass man dort den Cottage muss man beobachten ich weiss nicht ob der langt auf einem Super League Niveau ansonsten ich habe auch wieder Junioren Spiele gesehen und beim FCZ bleibt wie alles beim Alten im zentralen Mittelfeld hat man Unmengen Talente es ist auch jetzt wieder so wenn du 18 gehst da sind drei zentrale Mittelfeld Spieler auf dem Platz und du hast du schaust was auf der Ersatzbank ist bei denen und sie wechselt jetzt noch den Captain der italienischen Ausitz Nationalmannschaft ein sie wechselt jetzt noch den Junior vom Zawai der Junge der im letzten Ausitz Länderspiel von der Schweiz in zwei Riesen Weitschuss geschlossen hat einer mit dem rechten Fuss einer mit dem linken Fuss und das einfach auf der Bank fünf absolute top zentrale Mittelfeldspieler in der U18 und wenn du schaust wer vorne spielt im Sturm der eine ist ein gelernte Aussenverteidiger der andere ist noch viel zu jung der kann sich noch nicht durchsetzen es ist wie immer und von dem her denke ich dass in der ersten Mannschaft kann man einfach schon mal zentrales Mittelfeld reservieren auf die nächsten 6-7 Jahre für die Jungen vielleicht braucht es eben noch einen erfahren wie jetzt der Messi den man geholt hat ansonsten muss man wirklich auf die anderen Positionen schauen dass man externe holt ich überrascht was negativ gegen Katic red ich finde er macht es eigentlich nicht schlecht natürlich hat er ein paar Aussetzer ein paar viele Aussetzer in den letzten Spielen da gebe ich dir recht aber ich finde er eigentlich einen robusten Verteidiger der wirklich auch eine Kämpfermentalität hat ich erinnere mich gerne an das Basel Spiel zurück wie wir vorher diskutiert haben oder ja allgemein natürlich ist er auch fehlernfällig aber ich denke er braucht sich einfach wieder die Fangen mir gefällt er in der Konstellation nicht also ich meine als Innenverteidiger bist du Abwehrchef und irgendwie habe ich immer wieder das Gefühl wenn er auf dem Platz steht stimmt die Abstimmung mit rechts und links nicht gleich gut wie das sollte in meinen Augen es funktioniert einfach nicht gleich einig und nicht gleich als quasi als das Gesamtpaket das die Verteidigung in diesem System darstellen ich meine logisch er ist extrem kämpfer und er geht auch gut rein manchmal nicht ganz zur richtigen Zeit und nicht ganz an der richtigen Position aber er geht trotzdem rein und ist bereit aber irgendwie es ist mehr so ein nicht fest machbares Ding ich habe das Gefühl es ist mir so im Verlauf eines Spiels scheint das mit links und rechts zusammen zu spielen nicht mehr ganz so zu harmonieren ich habe das beim Cresio hatte ich das letzte Saison zumindest nie das Gefühl gehabt jetzt hat er noch nicht so viele Spiele gemacht was ich eigentlich recht schade finde ich würde ihm sehr fest die Chance geben weil er macht es ja grundsätzlich er ist sehr stabiler Spieler wenn er auf der Höche ist in meinen Augen er ist im Moment leider nicht auf der Höhe er hat gespielt zweimal in der Startformation mit der Nationalmannschaft von Kosovo er hat dort neben sich ist der Romani von Napoli italienischer Meister wird werden er hat sehr gut nebenan dort gespielt vor dem Aliti nicht er hat auch noch bei dem Gegengol gegen Andorra hat das Kopfballduell verloren Cresio aber hat dann selber noch eine Kopfballchance zum Sieges Goal schiessen also ich denke Cresio ist nicht top drauf aber für mich trotzdem besser als Catic Catic einfach in den Rückwärts Bewegung extrem langsam ist wo immer wieder Laufduell verliert wie zum Beispiel gegen Servet bei dem 1-1 es ist einfach nicht schnell genug und Kopfballduell gewinnt er auch praktisch keins also obwohl er eigentlich auch wenn er in der besseren Position ist selbst gegen Luzern gegen Jader so einen kleinen Stürmer relativ klein gewachsen hat er jedes Kopfballduell verloren und mit dem Ball am Fuss kann er eigentlich nur einen Pass zum Mann spielen wenn er einen stehenden Ball hat beim stehenden Ball einen Freistoß hinten raus spielen dann kommt der Ball an aber aus dem Spiel raus macht er so viele Fehlpässe und das ist einfach wenn man Spalbsitz Fussball spielen nicht so nicht so gescheid also von dem her ich hoffe vielleicht steigert er sich noch aber ich sehe es im Moment eher skeptisch gut gut dann hat Nora Flügel gesagt Lukas sagt Innenverteidigung brauchen wir Neu Doni Jurendic schluss sicher zu Jurendic packt den Stift aus Doni was hast du für einen Wunschspieler in welcher Position ich würde mir das nicht anmassen da irgendetwas sagen ich sehe es zu wenig in der Konstanz im Ganzen wenn ich meinen Senf öfter zugehe dann hat mir Mehmedi die habe ich gesehen gerne gesehen die würden gerne sehen spielen verteidigung ok gut dann sind wir euch einig sehr gut er war ja ein bisschen verletzt in letzter Zeit aber ich würde mich wundern aber in den letzten zwei Wochen gespielt hat er hat vor Uni nicht so viel gespielt ehrlich gesagt habe ich absolut keinen Plan ich habe den vor noch nicht so kurzer Zeit also schon relativ lange aus den Auge verloren muss ich ehrlich sagen ich bin nie so ein großer Trainer gewesen wieso wieder kein Liebling will täuscheln oder wie nein ich habe seine Interviews immer grossartig gefunden also er hat jetzt gerade wieder unbekannte Verletzungen und Trainingsrückstand aber er hat letztend gespielt vom Januar bis Anfang März hat er regelmässig gespielt aber kein Goal geschossen bis jetzt in der Meisterschaft hat er noch kein einziges Goal geschossen noch kein einziges Rassist einfach so ungefähr 300 Minuten gespielt insgesamt aber er hat ein Goal geschossen im Winter gegen ihre bekannte Mannschaft ich kann mich nicht mehr erinnern gegen wer aber sie haben gegen eine spanische oder italienische Mannschaft aus der höchsten Liga gespielt dort hat er ein Goal ist schwierig auf dieser Position im Sturm musst du schnell sein und fit sein würde mich wundern ob der Super League einen Impact haben weil die türkische Liga ist nicht viel besser als die Super League und dort klappt es im Moment noch nicht aber ich würde ihn nicht abschreiben Er ist für mich ein Wunder geteutet er macht immer wieder wahnsinniges Zeugs er ist auch einer sicher für in der Garderobe wo eine wichtige Funktion hat einfach weil er viel Spass darin bringt aber er ist sehr verletzungsanfällig jede Saison fehlt er über längere mehrere Wochen weil er verletzt ist je älter er wird desto mehr kommt das das würde zum alter passen irgendwo durch im alter kommt das mit den verletzungen die mehr kommen oder der Trainingsrückstand grösser und rennst immer dem ideal das damals vor deiner verletzungsphase hatte hast und erreichst es aber es gibt auch Ausnahmen wie zum Beispiel ein Davide Galla der hat am Schluss schon auch aber der ist dann so alt gewesen aber der hatte die Phase in dem Alter ist wo er fast nie verletzt war man trainiert vielleicht bewusster aber muskuläre Geschichten wenn du eine Veranlagung hast das ist schon ein Problem Punkt dass es einfach Spieler gibt die viele muskuläre Probleme haben Stürmer sind wir als einig es wäre ein Risiko aber es wäre ein Risiko das man bei Zürich Lef gerne sehen das geht nur schon wegen der Hinten drauf nur schon wegen dem du das Trikot kaufen das regt mich schon Emotionen ich rege mich manchmal auf weil denke so leicht aber auf die andere seite merke ich immer wieder obwohl ich weiss was er schon alles gemacht hat und viele Goals gesehen habe viele Match und so früher auch bei Zürich und zum Teil wahnsinnige Kisten nicht gemacht unterschätze ich ihn immer wieder und das finde ich eigentlich schön er begeistert mich auf eine Art ich finde einfach vom Typ finden er ist einer der ich glaube auch wenn man so schauen vielleicht dort Zürich Cololi Felifi Hekoran Kriesio und so die Spieler es hat ein bisschen ein Graben gehabt bei Zürich habe ich das Gefühl gehabt den Graben haben wir aufgehoben und er wäre einer der Mehmedi wäre einer der die Gräben zuschütten die verschiedenen Mentalitäten in der Mannschaft zusammenheben das würde ich ihm zutrauen und einfach die Erfahrung ich finde er schon einen guten Typ er macht auch sonst was er macht neben Spielfeld finde ich sehr sehr viel hat eine extrem starke soziale Ader jetzt hast du mir fast sympathisch gemacht du bist super verkauft ja wirklich ich bin nicht generell so aber wenn ich von jemandem überzogen bin dann trete ich für jemand ein das merke ich das macht ja aus jetzt auf welcher Position du hast toni als ersatz vom tonino toni oder er kann gerade vorne viele positionen spielen aber wahrscheinlich nicht zentral in der spitze aber ich kann viele positionen spielen so wie der nationalmannschaft am schluss vielleicht lukas schluss nein das mit keinem mit keinem schon im hinspiel habe ich mit keinem tisch weil ich denke ich bin Profifussballer und bin da nicht zum liebwis geschläppten grosses kino grosses kino gut dann braucht es keine Aussage mehr dann braucht es wirklich keine Aussage mehr ok ja Herr Jurendic ich hoffe Sie haben da ihr A4 Blatt vollgeschrieben mit unseren Namen und hoffentlich hat sie auch Toni Gassmer überzeugt den Mehdi eventuell zurückzahlen nein Spass bis heute wenn wir jetzt schon mal im nächsten Sommer sind gehen wir schon zwei Monate zurück Mai wo wird der FCZ stehen am Schluss der Saison gerne in die Stelle nicht so schön ich würde sagen Schluss schwierig uuuh schwierige Frage schau alle Glaskur in die heil kritisch werden ja das ist ich finde aber es könnte wirklich kritisch werden ich bin echt noch nicht so ich bin echt noch nicht so überzeugt also ich meine nicht kritisch im Sinne von boah Parasch wir steigen ab das sehe ich nicht alles andere ist ein win finde ich aber alles andere nicht mehr also hey Parasch würde man gewinnen und Sion ist im Moment doch auch einfach ja meines Mommi etwas anderes und das klingt gut aber Schulten ist glaube ich im Moment nicht so ihr Ding darum habe ich nicht mega schief aber ich glaube viel weiter hoch schaffen wir es nehmen ich bin positiv gestimmt ich denke es wird aber trotzdem schwierig noch einen Europa Platz zu erreichen weil es gibt so viele Mannschaften die auch relativ gut in Form sind und auch ihre Punkte machen also ich denke es ist noch möglich einen Europa Platz zu erreichen und ich denke schon dass es gegen Ende der Saison wahrscheinlich nicht mehr mit dem Abstisskampf zu tun haben so wie es im Moment läuft man muss sagen es ist gar nicht mal so unrealistisch dass der FCZ eventuell ich sage nur eventuell europäisch spielen es ist ganz verrückt wieder einmal mehr die Super League ist wirklich eine Wundertüte also es könnte sein dass wir jetzt gewünsere hinlegen und am Schluss plötzlich auf dem dritten Platz sind sehr ausgerechnet Liga mit Ausnahme einer Mannschaft die nicht in dieser Liga spielt sondern in einer anderen weiter oben für mich ist der Punkt der Rolle spielen in der Köp wenn man schaut wie Lugano letztes Jahr abgesackt ist weil sie alles auf den Köp gesetzt haben also sie haben Einzelspieler die enorme Qualität haben in der Mannschaft wahrscheinlich besser als Zürich aber wenn sie wenn der Grosje Torti auch wieder drauf setzt dass er gewisse Spieler schont und dass er nicht geht mehr sie voll belasten wobei vielleicht die Situation weniger damals hat es unter anderem mit älteren spielern dann könnte es taktisch machen dass er etwas macht und das spiel verschenkt oder weg gibt und so es haben mehrere Mannschaften alle Mannschaften die vorne dabei sind also Ligue Servet und Lugano die sind im Köp also Halsmannschaft die vor Zürich sind ich sage für mich so ich habe das Gefühl Zürich kommt auf den sechsten Rang das ist so etwas ich stelle mir vor dass sie noch vor GZ kommen Tonni sagt sechsten Lukas was sagst du ja ich denke auch dass es in die Richtung geht grundsätzlich es ist eine grosse Range die offen ist aber ich würde auch etwas gelich sagen aber ich würde nicht ausschliessen dass man überraschend sensationell einen Europacut Platz erreicht das wäre wieder typisch FCZ Rollercoaster kein anderer Klub in der Super League gibt es so starke Aufs und Ups wie der FC Zürich das ist einfach das Markenzeichen ja also Luzern nach Habe die haben ja immer wieder so aber bei denen ist halbjahresweise und zwar ganz regelmässig gewesen also wirklich so über Jahre weisst nicht abstiegen und dann nachher Meister werden also so ist Luzern doch nicht ja meister werden aber schon auch Parmatabelle Letzter Platz das ist ungeschlagen würde ich sagen das schon Meister Worte sind sie nie aber ganz schlechte Saison und eine ganz gute Saison sie sind unter drei letzten also mehrmals hintereinander unter drei letzten und dann wieder unter drei besten mal gut angefangen und dann in der zweiten Saison hälfte völlig abgesackt oder unter Seane nachher vom letzten Rang dann weit geführt Kona Du darfst einfach als Züri fängt ein schwaches Herz an das ist wirklich seit all den Jahren immer 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 schlaflose Nächte das ist wirklich ganz schlimm Nora ich habe dich gefragt was ist deine Tendenz ich bin wirklich noch nicht so überzogen ich muss ehrlich sagen Züri ist gut dran aber genauso hat Basel jetzt langsam wieder ein bisschen einen Schwung oder vielleicht einen Schwung geholt und geht sie na ja gut geht ja fair holen wir noch Winti vielleicht schaffen sie ja dann doch mal noch etwas wo man sagt hey wohl wir sind eigentlich immer in einem Aufwärktraining wo die gebt sich eigentlich wirklich gut finde ich jetzt so langsam darum das sind schon auch keine einfache Gegner im Sinn von ich weiss nicht ob die holen also Winti ist die Pflicht eben Winti haben immer immer hinter uns bin mir aber nicht sicher ob das so bleibt weil wenn Winti jetzt doch irgendwo noch findet wir schaffen das was wir jetzt die ganze Saison aufbauen tatsächlich auch in einem Spiel auf den Platz zu bringen und und mehrere Spiele dann ist bei denen glaube ich noch gelöst und dann sind die gut dabei Basel je nachdem was das für eine Wirkung hatte in der Conference League bin ich nicht sicher ob sie tatsächlich immer noch im Abwärtstrend sind eben Luzern ist eine Wundertuite St. Gallen ist eine Basel ist wirklich auch eine Wundertuite wenn ich da schnell einhänge also die weiss Gott was Gluganum ja gut aber ich meine die Conference League ist natürlich schon grosser Unterschied zur Europa League im Prinzip bis jetzt sind so weit gekommen haben aber bis jetzt noch nicht mehr Spiele gewonnen im Europa als der FCZ und das auch noch gegen viele schlechtere Gegner also die FCZ hat bis jetzt in der Saison im Europa Cup die bessere Leistung gebracht als Basel wenn Basel noch gegen Nizza gewinnen dann wäre nicht mehr gewonnen und hatten wirklich viel schlechtere Gegner gehabt das Niveau der Conference League ist deutlich tiefer aber Basel hat natürlich die beste Mannschaft der Liga ich müsste sogar besser einschätzen als IB aber IB hat viel die bessere Mannschaft als Gesamtpaket und so wie der FCZ letztes Jahr einfach auch mit der Einzelspieler in der mittelmäßigen Mannschaft einfach als Team einfach super Leistung gebracht hat Wenn ich meine Tendenz bekannt geben Ich denke die FTZ nimmt den Schwung mit Überholt geht sie Überholt vielleicht Basel wird das Kopf-an-Kopf-Rennen und die FTZ wird vierten Platz werden und wir spielen europäisch nächste Saison Ich glaube daran und ich muss aber auch sagen ich habe Befürchtung und ich könnte jetzt 10 Sturz Wetten heute dass die FC Basel den Köpfe gewinnen Ok Übrigens von Köpfe Ja Ich bin immer da über schauen weil es läuft uns gerade zu viel Serwet gegen FZZ Frauen im Moment und Serwet führt mit 2-0 gegen die FC Frauen leider immer noch Also von dem her da ein Ausscheiden geben in Genf 78 Minute Absatz.co ist übertreibt Das ist auch so etwas was man vielleicht dem FCZ mit geben Also Absatz.co ist immer wieder bei uns auch bei Norah bei Champions League spielen und so Mr.B hat da auch immer wieder gute Kommentare gebracht und er überträgt zum Beispiel das Spiel Serwet gegen FZ Frauen auf der FZ Homepage haben sie wieder mal erzählt das käme nie zu er hat schon paar Mal geschrieben aber sie ignorieren FZ man sagen FZ mit abseits.ca zusammen arbeiten und mit Zürich live es ist wieder ein neues Buch das wir öffnen aber ich glaube das lassen wir jetzt vorschlagen wir sind sowieso Frauen wie eben dieses Jahr ich glaube wir können in der nächsten Podcast Folge wirklich ein Frauen Special machen mit Martina Moser oder mit einer äfters Frau Legende ich weiss auch nicht wir sind da dran wir haben 2-3 Leute kontaktiert und es wird sicher etwas geben das ist natürlich jetzt sowieso das Thema jetzt ist dann noch DM Vergabe wo die Schweiz sich ja bewirbt um die Frauen EM durchzuführen ist jetzt in den nächsten Tag mal und dann eben die WM und dann haben wir eben jetzt die spannende Meisterschaft Schlussphase und das wäre dann auch wieder ein Thema wo wir schon ein paar Mal darüber geredet haben Playoff Modus gut oder nicht das wäre auch noch ein Thema darüber reden aber wieder nicht gut nicht gut nein schon wieder viel aus der restlichen Saison das ist so schade alles nicht mehr so spannend und dann nachher hast du ja noch Playoffs und dann lebst du mit dem und bist so ja okay dann wird es eh nochmal spannend dann weiss ich eh alles drüber und das in einem Bereich wo eben Frauen die eh schon zu wenig Zuschauer haben in meinen Augen zu wenig Gewicht darauf gebracht wird und dann nachher nur auf einen reduzierten Teil der Saison eingehen finde ich so schade genau aber du bist letztendlich da hat es recht viel gehabt ja 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 neuer rekord hat es geheissen man hat sie gar nicht alle erzählen weil nach zehn minuten ist der ticketstand abgeräumt geworden ist wirklich recht voll zu sein für das Herr Schürli Sie haben sehr viel im Social Media Bereich gemacht habe ich gehört Sie haben sehr viel Werbung auf Social Media gemacht und offenbar funktioniert das 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 scheint super zu funktionieren ich finde es ehrlich gesagt schade dass jetzt für den GAP zum bspiel gc frauen haben quasi ein heimspiel im letzten rund und zürich frauen nicht das ist sehr schade ähm das final wird dann nachher im letzten grund sind schade dass die zürich frauen nicht das als motivation nutzen aber Servets sind relativ zu stark zu spielen die sind auch wirklich gut unterwegs ich nehme die unterhaltung sehr gerne in unser teaser für die nächste podcast episode weil wir sind jetzt auch schon 8 Minuten vor wir sind bald in den 93 Minuten würde ich behaupten darum würde ich jetzt mal ein kurzes Ende zu dem Podcast begründen ich bedanke mich sehr gerne bei Toni bei Nora und bei Lukas für ja was auch nicht für die aktuelle podcast episode und dass ihr auch meine Gäste gewesen sind hat ich dir mal gut getan nach dieser langen Zeit oder wie seht ihr das wie hat es euch gefallen sehr gut übrigens zum Thema köpfinale also es gibt ein zürcher team das im köpfinale geschafft hat das ist wieder der Dani Gigax unser ehemaliger auch Podcast Gast schon wieder im köpfinale mit seiner U16 und das ist sicher etwas auch wie das Highlight Ende April dann gegen Xamax wirklich sehr interessante die Mannschaft leider die Saison ist ja eigentlich angedacht dass die beiden 15 oder jetzt 16 jährige junge Frauen oder sie den Scherpenleib auch mitspielen in der U16 das wäre ein absolutes Novum gewesen das hat es noch nie gegeben vorher dass sie auf dieser Stufe mit gespielt hätten aber ich kann jetzt sehen dass eigentlich kein Spiel sehen wo sie wirklich dabei sind sie hauptsächlich mit der Frauen Mannschaft gespielt aber gradfinal Toni Gigax mit U16 ist wieder mit dabei gratulieren sie da und auf dem ersten Platz in der Meisterschaft nicht schlecht ja dann darf ich jetzt mein Podcast fertig machen danke noch für die Zuhörung bis zum nächsten Mal tschau zusammen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal